Na, wie war die Reise, Claudia? Der Bus ab Warschau war sehr bequem, aber die Reise dauerte zwölf Stunden. Ich habe gelesen, Filme gesehen und sehr viel gegessen und getrunken. Ich habe vergessen, das wegzuwerfen. Warte mal, diesen Müll müssen wir sortieren. Komm, ich zeig's dir. In den schwarzen Mülleimer geben wir Biomüll. Da gehört deine Bananenschale rein. Das Papier kommt in den grünen und die Folie in den gelben Mülleimer. Die Glasflasche stell bitte hier ab und dann bringen wir das zum Glaskontainer. Yvonne, und woher soll ich damit? Das ist auch Restmüll, also. Also in den schwarzen Mülleimer. Du lernst aber wirklich schnell. Die Glasflasche виht, die vor allem die Träume heilen. Ich zeig's dir nicht, woher soll ich das schwarzen. Ich zeig's dir nicht.